Hallo, ich bin Feli, ich bin 16 Jahre alt und ich mache gerade meinen Auslandsaufenthalt in Neuseeland. Ich bin hier für drei Monate und so langsam komme ich jetzt zum Ende. Und heute erzähle ich euch, was auf meiner Bucketliste stand und was ich empfehlen würde, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man hier in Neuseeland lebt. Jetzt erzähle ich euch erstmal was von meiner Bucketliste, die ich gemacht habe, bevor ich nach Neuseeland gekommen bin, mit Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Und zwar als Erzterpunkt stand da Whalewatching. Und Whalewatching habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich hatte mir tatsächlich auch einen Whalewatching-Trip gebucht, aber es war so ein kleiner Fail, weil der wurde ein paar Mal abgesagt, weil das Boot war kaputt, dann war das Wetter zu schlecht. Aber ich mache jetzt eine Südinsel-Tour, die geht heute tatsächlich auch noch los. Und da habe ich mir auch Whalewatching gebucht, also das findet noch statt. Und dann habe ich den Gletscher draufgeschrieben und das mache ich jetzt auch auf der Südinsel-Tour. Und zwar ist das der Franz-Josef-Gletscher auf der Südinsel, weil ich glaube, der wird richtig cool. Dann wollte ich unbedingt nach Hobbiten. Ich habe die Filme zwar nie geschaut, aber ich war da mit einer Freundin und es war wirklich so, 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 so wunderschön. Also das ist wirklich so ein süßes kleines Dorf und das kann ich nur weiter empfehlen. Meine Gastmutter hat uns dann netterweise hingefahren, weil die hat Freunde da in der Nähe und hat die in der Zeit besucht. Also das war auf jeden Fall richtig super. Ansonsten wollte ich auch unbedingt einen Vulkan sehen, weil Neuseeland ist ja generell so eine Vulkaninsel. Und wir haben hier tatsächlich auch richtig viele Vulkane. Und ich habe auch richtig viele gesehen. Und ich war gestern auf Rangitoto, das ist eine Vulkaninsel. Und da kann man tatsächlich dann auch in den Krater reingucken und so. Also das kann ich richtig empfehlen, das ist richtig cool. Und man kriegt so eine schöne Aussicht, auch auf Auckland City und den Sky Tower und alles. Ansonsten hatte ich noch Wasserpfälle auf meiner Bucketlist, weil irgendwie, also ich finde so Neuseelanden Wasserpfälle, so ich weiß nicht, das hatte ich mir irgendwie so vorgestellt. Und ich habe hier tatsächlich auch einige Wasserpfälle gesehen. Ich war einmal mit der Schule unterwegs und da waren wir in den Pinecals, das ist ein Coromandel. Das war auch richtig, richtig schön und da hatten die wirklich riesen Wasserpfälle, aber die waren weiter weg. Also das war so von weitem. Coromandel ist richtig, richtig schön. Wir waren da tatsächlich nur zum Wandern, aber das war auch richtig schön. Was ich aber gerne gesehen hätte, was ich jetzt aber leider zeitlich und einfach so nicht mehr geschafft habe. Und zwar die Cathedral's Cove. Das ist dieser bekannte Strand, wo man so in der Göhle steht und man hat so dieser Felsen und dann guckt man so raus auf so einen anderen Felsen. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist richtig schön und das machen auch ein paar Freunde von mir. Aber wir hatten hier auch tatsächlich so eine halbe Stunde zu Fuß von unserer Schule Wasserpfälle und die sind so, so schön. Also es war wirklich richtig toll. Ansonsten auf jeden Fall der Sky Tower, wirklich. Also als ich das erste Mal oben war, war ich mit zwei Freunden oben und wir waren so geschockt. Es war wirklich so wunderschön. Das Ding ist, wir haben gar nicht realisiert, dass wir in Neuseeland sind. Also das war noch relativ am Anfang. Und wir waren davon nur so, oh mein Gott. Also es ist wirklich komplett anders. Man kann auch irgendwie nicht sagen, wenn du auf einem Berg bist, ist es halt dasselbe so. Das ist absolut nicht. Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Und dann war ich tatsächlich noch ein zweites Mal oben, weil die haben da so ein Restaurant, und zwar Orbit 360. Und das ist wirklich so schön. Also das ist wirklich auch so ein bisschen teurer. Also ich würde auf jeden Fall sagen, man muss auf den Sky Tower hoch. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber das Restaurant, das kann man machen. Aber es ist halt so ein bisschen so, muss man nicht unbedingt. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. War richtig, richtig schön. Aber muss man nicht unbedingt einfach nur wegen dem Preis. Und ansonsten, ich weiß nicht wieso, aber wenn ich an Neuseeland gedacht habe, bevor ich hingekommen bin, dachte ich tatsächlich immer an Schafe. Und wir sind mit der Schule auf so einer Schafharm gewesen. Wir waren in der Sheep World. Und das war richtig, richtig schön da. Also weil die hatten wirklich so viele Babytiere. Die hatten so Babyhasen, die konnten wir auf den Arm nehmen. Und die hatten Babyschafe. Und wir konnten die einfach füttern. Wir haben die so gezeigt, wie man so die Schafe so von einem Ort zum anderen treibt und so. Also es war auf jeden Fall richtig cool. Was hier in Neuseeland ja auch ist, hier leben ja auch die Maoris. Und man sieht auch zwischendurch, wenn man hier so, dass Leute das Kind tätowiert haben. Oder dass sie tatsächlich auch das ganze Gesicht tätowiert haben. Oder generell einfach überall auf ihrem Körper so Maori-Tattoos haben. Also man erkennt das einfach, weil das so diese Kultur. Und ich habe mir tatsächlich auch so eine Maori-Show angeschaut. Und zwar im Auckland Museum. Das ist auch richtig schön. Da würde ich auf jeden Fall auch hingehen, weil es ist umsonst, wie man hier wohnt. Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich habe dafür bezahlt, weil die dachten, ich bin auf Anturi. Aber wenn man hier hinkommt als Austauschschüler, dann wohnt man ja hier. Und dann kann man da auch umsonst rein. Und die haben auch so eine Show. Und die geht so eine halbe Stunde. Und da zeigen die Maoris halt einfach so Potenze und so. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Ansonsten war ich mit meiner Gastfamilie in Wellington. Und Wellington ist so, 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 so wunderschön. Ich liebe Wellington so doll. Also wirklich. Tatsächlich dachte ich, weil wir waren nur zwei Tage da. Ich dachte, zwei Tage sind viel zu wenig für Wellington. Aber es hat total gereicht. Also man kann Wellington zwei Tage super sehen. Und es war richtig, richtig schön da. Und da war ich auch richtig froh, dass meine Gastfamilie das mit mir gemacht hat. Ansonsten der Piha Beach. Also das ist, jetzt kommen so Sachen, die so ein bisschen so in Auckland sind. Da kann man nicht mit dem Bus oder so hinfahren. Sondern da muss man dann halt mit der Gastfamilie hinfahren. Oder halt mit jemandem, der ein Auto hat. Und das ist richtig schön da. Also die haben da auch mehrere Wasserfälle. Und der Strand ist einfach so, so schön. Also das kann ich nur empfehlen. Weil wirklich, das ist richtig toll da. Und es ist so ein bisschen abgelegen und so. Das ist wirklich schön. Ansonsten die ganzen Inseln hier auf Auckland. Also wirklich, das ist so, so schön. Meine erste Insel, auf der ich war, das war Waaheke Island. Und die ist wirklich so traumhaft schön. Also die ganzen Strände. Ich habe das mit meiner Freundin gemacht. Und wir sind dann mit der Fähre rübergefahren. Alleine schon die Fährenfahrt. Das war so schön. Und dann auf der Insel sind wir so ein bisschen rumgelaufen. Und wir sind so ganz vielen Stränden gegangen. Haben dann noch Abend gegessen und so. Also es war wirklich, wirklich so schön. Kann ich nur empfehlen. Und ansonsten habe ich ja vorhin schon Rangitoto erwähnt. Wirklich, also man wandert da ja so hoch. Und es ist nicht so Wandern, Wandern ist einfach nur ein Spaziergang. Rangitoto hat tatsächlich auch so Lava Caves, also so Höhlen. Ich bin da jetzt nicht so 100% reingegangen. Und ich habe mit einer Freundin und ich, wir haben es so versucht. Aber es ist wirklich so, man fühlt sich wie so ein Höhlenkletterer. Weil es wirklich so eng ist und man muss da richtig reinklettern. Und dann waren wir so am Eingang und wir waren so, okay, weiter wollen wir jetzt nicht rein. Aber ein paar sind da wirklich reingegangen. Aber das ist jetzt mehr so, da muss man sich so ein bisschen vorbereiten. Ansonsten Deppenport. Deppenport ist zwar keine eigene Insel, aber da kann man trotzdem mit der Fähre hinfahren. Und wenn man da diesen kleinen Hügel hochläuft, also dann hat man wirklich, auch bei Nacht, das habe ich gemacht. Das war so eine schöne Aussicht auf Auckland City. Also das ist wirklich richtig toll, wenn man in Auckland City bei Nacht von Weitem sieht. Auch wenn man mit der Fähre zurückfährt, das ist wirklich so, so schön. Also das kann ich echt wirklich nur empfehlen. Ansonsten ist noch der Shakespeare Regional Park richtig, richtig schön. Die haben da auch manchmal so Veranstaltungen, so Nav Trail Events. Das habe ich mit der Schule gemacht, weil ich habe Auto Education als Fach. Deswegen haben wir immer mal so ein paar Ausflüge gemacht. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil man ist einfach so ein bisschen durch den Park spazieren gegangen und hat dann so Aktivitäten und so, man hat alles gesehen. Und danach waren wir noch im Meer schwimmen. Also das war richtig, richtig cool. Und ansonsten glaube ich einfach, dass man sofort Sachen findet, wenn man hier hinkommt. Also Mount Eden kann ich noch empfehlen. Aber ich glaube wirklich, man findet hier immer Sachen und man kann nie alles gesehen haben. Also ich finde Neuseeland richtig, richtig schön. Und ich freue mich richtig dankbar für die Zeit hier. Und ich hoffe, wenn ihr auch nach Neuseeland kommt, dass ihr euch auch eine richtig schöne Zeit macht. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Tschüss!